Der Zug ist immer noch nicht durch da, aber davor ist jetzt ein MB-Night-Strecht durchgeraft und hier kommt jetzt gerade die S5, will rein, wird auch viel nach Schopf fallen. Und da kommt er endlich, AE-170-112 mit einer 5-Befüllung von 25 Minuten. Die S5-Befüllung von 25 Minuten. Die S5-Befüllung von 25 Minuten. Der Zug ist immer noch nicht mit einer 5-Befüllung von 25 Minuten. Vielen Dank.